So, herzlich willkommen zum mittlerweile schon wieder dritten Daily Vlog. Ja, heute fahren wir dann am Nachmittag leider erst auf unsere Hütte. Ohne meine Freunde. Jedenfalls sieht man sich dann wieder. Ich wollte noch irgendetwas sagen, aber ich habe schon wieder vergessen. Deshalb sieht man sich dann später wieder. Let's go. So, ich bin jetzt bei unserer Hütte. Ja, und jetzt gibt es wieder ein bisschen Skifahr-Action. Okay, Marie, let's go. Ready? Warte, ich muss mir mal gucken. Ja, jetzt geht's. Oh. Ready? Passt Ja es ist ein wenig steil Ok Dann fahren wir halt wieder um auf die Piste Au Das ist richtig geil Oita Hallo Und wie gehts dir so? Mit mir gehts gut Alter Ich guck mich mal auf Alter Der Obe wäre geil Gehts? Ja Passt Alter Da ist ja keine Sau gefahren Ja Da ist ein Boch Scheiße Scheiße Scheiß drauf Easy Ah Ich sehe keine Was? 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 Da gehts runter Wo gehts runter Bei mir Ja Oder wenn ich den da jetzt eine da dran mache Ich sag mal Wuuuuh Geil Geil Wuuuuh Marie gerade da durchzupfen Okay Let's go Wuuuuh Ich machs leider Wuuuuh 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 Ich stehe gerade hier mit kurzen Ärmel Und deshalb Gehe ich jetzt hinein und schneide das Video Vielleicht passiert noch etwas spannendes Sonst sieht man sich bei der Verabschiedung wieder Bis später So das Video wäre geschnitten Ja Ähm Das war's dann für heute schon wieder Abonnieren und liken nicht vergessen Und die Glocke aktivieren Und ciao